Das sind die Erdmärgie. Das sind die Erdmärgie. Durch, durch, durch. Yeah! Erdbeereis, Schokoladen, Kokosnuss, Bananen, Kiwi, Zitronen und Heidelbeereiscreme. Ich liebe es, am März zu sein. Uh, Eiscreme. Hey, welches Sorte ist das, Steve? Welche Sorte? Hallo, Mädels und Jungs. Welche Sorte ist eure Lieblings-Eiscreme? Meine ist Schokolade. Genau. Ein Schokoladeneis, bitte, Maggie. Okay, aber langweilig. Vielen Dank. Lecker. Steve, du solltest das Kokosnuss-Eis, das Zitroneneis oder das Bananeneis probieren. Maggie, ich liebe nur Schokoladeneiscreme. Yeah, Schokoladeneis, Schokoladeneis. Lecker, 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 nja. Schokoladeneis, Schokoladeneis. Lecker, 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 nja. Oh, ich liebe Schokoladeneis. Und ihr? Ja. Oh nein, Moment mal. Oh nein! Wir sind verloren! Auf dem Meer! Oh, Maggie! Was machen wir jetzt? Hey, schaut mal! Da ist eine Insel! Da ist eine Insel, Steve! Da! Sei vorsichtig! Da ist eine Insel! Na los, Maggie! Lass uns da hin! Yeah! Maggie, na los! Hilf mir! Okay! Was? Wie kann uns jetzt helfen? Was hat zu bedeuten? Hör jetzt auf mit dem... Und hilf uns! Ich helfe doch! Okay, wir sehen uns auf dem Essen! Komm zurück, du frecher, frecher! Oh, hey! Da ist etwas im Wasser! Haie! Oh nein! Das sind keine Haie! Haha! Das sind... Delfine! Haha! Wow! Wir sind gerettet! Hurra! Hahaha! Oh, ich bin ein Seemann mitten im Meer Und das Abenteuer mag ich sehr Die Wellen gehen hoch, die Wellen gehen runter Und der Wind, der Weg ganz putzmunter Wader und Delfine, eins, zwei, drei, vier Und die Möwen über mir Von schönen Inseln umgeben Das ist ein Seemannsleben Yeah! Spitze! Wir nähern uns der Insel! Oh nein! Häääää! Hääää! 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 Was? Warum? Häää! Oh nein! Schau mal, die Ente! Hääää! Wir sind auf dieser Insel gefangen! Was essen wir jetzt? Hääää! Hääää! Lecker, lecker! Njam, 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 Njam! Lecker! Njam, Njam! Spitze! Hey! Mögt ihr Kokosnüsse? Ja? Also los, versuchen wir eine aufzuknacken! Oh wow! So viele Kokosnüsse und sie sind so leicht aufzusammeln! Ich muss sie nur, ähm, äh. Dufer Steve. Oh Maggie, wie isst du diese Kokosnüsse? Wie wäre es? Als Kokosnusseis. Kokosnusseiscreme? Genau. Kokosnusseiscreme. Ja, bitte Maggie. Schau dich mein Kokosnusseis an. Kokosnusseiscreme, Kokosnusseiscreme, lecker, 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 yum. Kokosnusseiscreme, Kokosnusseiscreme, lecker, 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 yum. Mhh, lecker. Hey Steve, Steve, ich kann noch eine Insel sehen. Oh ja, da ist ja noch eine Insel. Hey, was ist auf dieser Insel? Ich geh mal nachschauen. Warte Maggie, oh du frecher, frecher Vogel. Hey, Maggie kann fliegen. Aber wie komme ich auf diese Insel rüber? Wisst ihr es? Ich weiß wie. Haha. Hey, hey, hey. Oh, ich bin ein Seemann mitten im Meer. Und das Abenteuer mag ich sehr. Die Wellen gehen hoch, die Wellen gehen runter. Und der Wind, der weht ganz putzmunter. War der Hund, der viele eins, zwei, drei, vier. Und die Möwen über mir. Von schönen Inseln umgeben. Das ist ein Seemannsleben. Ja. Hahaha. Oh nein. Schaut mal, mein Fluss. Mein Fluss. Mein Fluss. Hahaha. 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 Au. Au. Au, Papa. Hahaha. Spitze, wir haben es auf die Insel geschafft. Also, was gibt es hier zu essen? Bananen. Yeah. Hey. Schaut euch mal all die Bananen an. Au. Bananen sind lecker und einfach zu essen. Ja. Da war ein Seemann auf hoher See auf einer kleinen Insel. Sie war voll mit Bananen. Sie war voll mit Bananen. Sie war voll mit Bananen. Auf der Bananeninsel. Lecker, lecker, nyam, nyam, nyam. Lecker, nyam, nyam. Hey, hey. Also, Kinder. Mögt ihr Bananen? Ja. Na los, holen wir ein paar. Au. 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 Ja! Bananen! Fast geschafft! Ich helfe dir, Steve! Nein, Maggie! Maggie! Du frecher, frecher Vogel! Oh nein! So ist Steve! Bist du ein Bananeneis-Stieh? Äh, Bananeneis-Creme? Genau! Bananeneis-Creme? Ja! Bananeneis-Creme! Oh ja, bitte, Maggie! Okay! Abracadabra! Hey, schaut mal! Ich habe ein Bananeneis! Lecker, lecker! Bananeneis-Creme, Bananeneis-Creme, lecker, 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 ja! Bananeneis-Creme, Bananeneis-Creme, lecker, 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 ja! Bananeneis-Creme, lecker, lecker, ja! Hey, Steve, was ist auf der nächsten Insel? Oh nein, nicht schon wieder! Oh Maggie! Liebe Kinder, alle zusammen! Du frecher, frecher Vogel! Oh! Hey, habt ihr eine Idee, wie ich auf die nächste Insel komme? Ähm, hoho! Ja, das geht, genau! Ja, probiert mal das! Hey! Oh, ich bin ein Seemann mitten im Meer Und das Abenteuer mag ich sehr Die Wellen gehen hoch, die Wellen gehen runter Und der Wind, der weht ganz Putzmutter War der Hund, Delfine, eins, zwei, drei, vier Und die Möwen über mir Von schönen Inseln umgeben Das ist ein Seemannsleben Ja, ja! Oh, Maggie! Hilfe! 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 Ich stecke in einem Baum fest Wie komme ich da wieder runter? Oh! Oh, genau! Schaut mal Ich bin auf der Zitroneninsel So viele Zitronen Zitronen. Zitronen sind leicht zu ernten, leicht zu schälen, aber schrecklich zu essen. Oh Steve, willst du ein Zitroneneis? Oh, ein Zitroneneis. Das klingt besser. Oh ja, bitte Maggie. Maggie? Wo ist sie? Maggie, ich hätte so gern ein Zitroneneis. Also komm her und kauf dir eins. Was? Oh, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Schaut mal, wir sind wieder am Eisstand. Was für ein Abenteuer. Willst du ein Zitroneneis? Oh, ähm, nö. Schokolade bitte. Das ist mein Lieblingseis. Und eures? Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, ich habe wieder gewonnen. Oh, hallo, liebe Kinder. Hey, mögt ihr Brettspiele auch so wie ich? Hey, du hast gewonnen, weil du größer bist. Oh, Maggie, ich kann dich besiegen, egal wie groß ich bin. Das müssen wir herausfinden. Abracadabra. Oh, wow, Maggie. Wow, Maggie. Ich wusste nicht, dass du so klein meinst. Wow, hey. Hihi, na los. Ja, na los. Das machen wir. Genau, wo ist der Würfel? Hier ist die Fang. Oh, Maggie. Maggie, du frecher, frecher Vogel. Oh, okay. Los geht's. Ich werfe den Würfel. Oh. Haha, sechs. Yeah. Was für ein guter Start. Und weiter geht's. Eins. Oh, eins. Fünf, sechs. Hey, schaut. Da kommt der Zug. Haha. Okay, ich nehme den Zug, um in dem Spiel weiterzukommen. Oh. Hahaha. Haha. Oh, nein. Schon wieder eine Eins. Ah. Zeit für ein bisschen Maggie-Zauberei. Abracadabra. Hihi. Jetzt auf den Zug. Genau. Eins, zwei, drei. Hey, dieses Spiel ist leicht. Oh, schaut. Ich muss nur eine Zwei würfeln, um einen weiteren Zug zu bekommen, der mich auf dem Spielfeld weiterbringt. Her mit dem Würfel. Hey, yeah. Ist das eine Zwei? Abracadabra. Ist das eine Zwei? Genau. Hihi. Oh, hey. Das ist keine Zwei. Das ist eine Sechs. Und sie schickt uns in diese verrückte Höhle. Also gut, gehen wir. Eins, zwei. Pass auf, Typ. Ich gewinne. Hey. Das bedeutet, dass Maggie gewinnt. Also gut, schnell durch diese Höhle. Yeah. Sechs. Okay. Was ist nun in dieser Höhle? Hey. Schaut mal. Ein Drache. Ein Drache. Ein Drache. Mit drei Köpfen. Oh, aber er schläft. Pssst. Okay. Gehen wir durch diese Höhle. Schnell. Aber pssst. Leise. Na los. Los geht's. Okay. Eins. Oh. 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 Mit drei! Ja! Wir haben es geschafft! Kommt! Na los! Was ist das? Drachen! Super! Wir haben es geschafft! Hoho! Zumindest sicher! Du bist dran! Au! Au! Hey Maggie! Du frecher, frecher Vogel! Los! Wir holen Maggie ein! Vier! Haha! Schau mal Maggie! Ich bin hinter dir! Nicht mehr lange, Steve! Schau mal! Ich hatte wirklich Glück und würfelte eine 2! Also, ich bin auf dem Zug und weg! Haha! Wow! So ein Glückspilz! Na gut, mal sehen, ob ich eine 3 würfeln kann, um denselben Zug zu erwischen! Okay! Ich hoffe echt, dass es eine 3 wird! Oh! Ich kann nicht hinsehen! Ich kann nicht hinsehen! Habe ich jetzt eine 3 gewürfelt? Ja! Ha 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 ha! Hey! Könnt ihr nicht zählen? Nein! Das ist keine 3! Das ist eine 5! Und eine 5 schickt uns in dieses gruselige Spukschluss! Also gut! Na los! Gehen wir! 1! 5! Ah! Was ist hier drin, Kinder? Was ist hier? Ich kann nicht sehen! Es ist so dunkel! Oh! Was ist hier drin? Oh! Hey, warte! Ich mache einfach das Licht an! Haha! Ah! Ein Zauberer! Oh! Was läuft hier? Oh ja! Der Zauberer! Ha! Daneben! Oh! Hey! Wo bin ich? Ah! Haa... Oh! Ah! Das ist doch total verrückt! Aber wir… puh! Daneben müssen auf die andere Seite gehen! Oh! Na los! Los geht's! Hey! Am Zauberer sind wir vorbei! Haha! Uh! Was mache ich da? Ach egal, wir müssen ins Spiel zurück! Und Maggie aufholen! Fünf! Toll! Hey! Pass auf, Maggie! Entschuldige! Aber schau mal! Ich habe eine Eins! Also bin ich mal wieder auf dem Zug! Haha! Yeah! Ich kann nicht glauben, wie viel Glück diese Maggie hat! Schon wieder? Na ja, ich bin dran! Genau! Ich brauche eine Vier! Wünscht mir Glück! Hey! Wartet mal! Das ist keine Vier, sondern eine Sechs! Ich bin mir sicher, dass das eine Vier war! Na ja, die Sechs führt uns in diese gefährliche Feldlandschaft! Haha! Also los! Los geht's! Sechs! Hey! Was ist da drin? Könnt ihr etwas sehen? Oh! Hey! Lasst uns mal schauen! Hey! Schaut mal! Das ist ein Riese! Mit Felsbrocken! Hey! Ah! Bye! Nein!weh! Ei! Ah! Hey! Ah! 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 Hey! Ah! 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 Enie! Puh, na los, wir müssen vorbei an diesem Riesen! Okay, ich muss eine Drei würfeln, um den Zug an diesem gruseligen Wald zu erwischen. Los geht's, ho, 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 hi, hi, yeah, Drei, komm, ha, 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 eins, zwei, drei, hi, hi, yeah, ich werde den Zug erwischen. Wirklich? Hi, hi, hi. Der Zug. Hey, Steve. Hey. Steve. Wo ist der Zug? Du hast nicht die Drei gewürfelt, es war eine Sechs. Genau. Nein, Maggie, ich hatte eine Sechs? Genau. Hey, ich bin mir ganz sicher, dass ich eine Drei gewürfelt habe. Aber es ist eine Sechs. Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Na gut. Sieht so aus, dass wir durch diesen dunklen Wald durch müssen. Na los. Ho, 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 ho. Sechs. Ho, das sieht mal unheimlich aus, oder, Kinder? Das sieht aus wie ein Echsendorf. Na los, los geht's. Ho, ich hoffe, wir kommen dadurch, ohne irgendwelche Hexen zu sehen. Was ist das? Nichts. Oh nein. Nicht schon wieder. Ah, Hexen. Oh nein. Nicht schon wieder. Ah, Hexen. Ja. Wir sind an allen Hexen vorbei. Also gut. Los geht's. Fliegen ist schummeln. Aua. Das war verrückt. Okay, ich bin dran. Was? Schaut. Welche Nummer ist das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun. Das ist unmöglich. Aha. Das ist Maggie Zauberei. Maggie schummelt. Oh, das ist... Oh, ho, ho. Moment. Schaut. Dieser Zug fährt einfach direkt ins Ziel. Ich kann gewinnen, wenn ich nur eine Drei würfle. Hey, kommt. Wir tricksen Maggie aus. Oh, ich hoffe, ich habe keine Drei. Eine Drei wäre eine Katastrophe für mich. Oh, ho, ho. Abracadabra. Oh nein. Eine Drei. Also los. Los geht's. Hahaha. Eins. Zwei. Drei. Hehehe. Hehehe. Ich bin auf dem Zug zum Ziel. Tschu, tschu. Hehehe. Ho, ho, ho. Ich habe gewonnen. Ich habe schon wieder gewonnen. Hehehe. Hehehe. Ja. Ja. Abracadabra. Wow. Haha. Siehst du, Maggie? Schummeln funktioniert nicht. Sorry, Steve. Okay, Maggie. Spielen wir nochmal. Aber diesmal ohne Schummeln. Okay. Und keine Maggie-Zauberei. Hey, du bist wirklich ein frecher, frecher Vogel. Hahaha. Das ist Bigfoot. Versteck dich. Versteck dich. Bigfoot kommt. Bigfoot kommt. Versteck dich. Versteck dich. Hahaha. Au. Warum muss ich alles tragen? Haha. Hallo, Kinder. Ist Maggie hier? Äh, was? Sie fürchtet sich vor Bigfoot. Oh. Hahaha. Ich bin Bigfoot. Hahaha. Maggie. Warum versteckst du dich in der Mülltonne? Was? Hey. Wer? Hahaha. Das ist nicht Bigfoot. Das bist du. Hahaha. Bigfoot gibt's doch gar nicht. Doch, den gibt's. Nein, Maggie gibt's nicht. Doch, doch. Es sieht so aus. Hihi. Oh, gruselig. Oh. Oh, gruselig. Oh, gruselig. Oh, gruselig. Oh, gruselig. Oh, gruselig. Hör auf. Hör auf, Maggie. Bigfoot gibt es nicht. Hey, machen wir uns für heute Abend fertig zum Zelten. Yeah. Das war lecker. Danke, Maggie. Ja, singen wir das Lied. Ich glaube an Bigfoot. Ich glaube nicht an Bigfoot. Ist er da? Er ist nicht da. Bigfoot kann überall sein. Hallo, Maggie. Das ist ein schönes Lied. Aber Bigfoot gibt es nicht. Aber. Jedenfalls. So. Zeit zum Schlafen. Okay. Gute Nacht, Steve. Gute Nacht, Maggie. Hey, liebe Kinder. Ist Maggie nicht doof? Sie glaubt. Bigfoot gibt es. Kommt, wir tricksen sie aus. Schaut her. Yeah. Seid ihr bereit? Ah, Bigfoot. Bigfoot ist hier. Ah. 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 Bigfoot. Bigfoot ist draußen. Bigfoot. Das ist Bigfoot. Bigfoot. Ah. Ha. 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 Oh, Maggie. Ich habe dich ausgetrickst. Ha. 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 Hey, jetzt bin ich dran, Steve auszutricksen. Kommt mit, das wird ein toller Trick. Hey, schaut euch meinen Schatten an. Größer, größer, größer. Perfekt. Ich bin Bigfoot. Was ist das für ein Geräusch? Was läuft hier? Das ist Bigfoot. Das ist wirklich Bigfoot. Lauft weg, lauft weg, lauft weg. Schaut euch Steve an. Lauft euch Bigfoot, versteckt euch, versteckt euch. Steve fürchtet sich jetzt vor Bigfoot. Hey, was? Das war Maggie. Maggie hat mich ausgetrickst. Maggie, du frecher, frecher Vogel. Okay, Maggie, ich denke, das war ein guter Scherz. Aber es wird spät. Zeit ins Bett zu gehen. Gute Nacht, Maggie. Gute Nacht. Danke, Maggie. Oh, hey, was? Wer? Ich glaube an Bigfoot. Ich glaube an Bigfoot. Ist er hier? Ist er da? Bigfoot kann überall sein. Ich glaube nicht an Bigfoot. Ich glaube nicht an Bigfoot. Er ist nicht da. Er ist nicht dort. Bigfoot ist irgendwo. Bigfoot ist irgendwo. Ist das Bigfoot? Hey, Maggie, sei nicht so doof. Bigfoot gibt es nicht. Und wovor hattest du Angst letzte Nacht? Das war so lustig. Hey, liebe Kinder. Wir glauben an Bigfoot, oder? Ja, und das solltest du auch, Steve. Steve? Steve? Ich bin Bigfoot. Nein, das ist Bigfoot. Ich habe dich wieder ausgedrückt, Maggie. Du warst, Steve? Das ist ein Spaß. Wow, das sieht wie ein super Campingplatz aus. Was für eine schöne Nacht, um draußen unter dem Sternenhimmel zu schlafen. Bigfoot, Bigfoot. Oh, ja, ja, ja. Bigfoot ist hinter mir, Maggie. Jetzt nicht mehr. Du musst dich schon mehr anstrengen, um mich zu erschrecken. Was für ein frecher, frecher Vogel. Ha, gute Nacht an alle. Yay. Ha. Ha. Ein besserer Trick. Ein besserer Trick. Hi, 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 hi. Steve wird schon an Bigfoot glauben. Mit ein wenig Maggie-Zauberei. Abracadabra. Hi, hi, hi. Ha. Das ist Bigfoot. Oh, was ist los, Steve? Das ist Bigfoot. Das ist Bigfoot. Bigfoot. Er ist echt. Da ist er. Ha. Oh, Bigfoot, Bigfoot. Ha, ha. Hi, hi, hi. Jetzt glaubt auch Steve an Bigfoot. Ha, ha, ha. Moment mal, was? Oh, das war Maggie. Dieser freche, freche Vogel. Maggie, komm zurück zum Zelt. Oh, oh. Und keine Tricks mehr heute Nacht. Okay. Wir müssen schlafen gehen. Ha, ha, ha. Ich glaube an Bigfoot. Ich glaube an Bigfoot. Ist er hier? Ist er da? Bigfoot kann überall sein. Ich glaube nicht an Bigfoot. Ich glaube nicht an Bigfoot. Er ist nicht da. Er ist nicht dort. Bigfoot ist irgendwo. Oh, lecker. Ha, ich gehe mal was essen. Okay, Maggie. Ich gehe zurück zum Zelt. Bis gleich. Hey, was für ein schöner Platz zum Zelten. Oh, hey. Schaut euch mal meinen Fußabdruck an. Fußabdruck. Oh, wir machen Bigfoot-Fußspuren, um Maggie zu erschrecken. Ja. Okay. Eins. Zwei. Drei. Yeah. Vier. Fünf. Sechs. Ich glaube an Bigfoot. Ich glaube an Bigfoot. Ho, ho. Bigfoot-Fußspuren. Ha, ha. Der Beweis, dass es Bigfoot gibt. Hey, Steve. Steve. Schau mal die Fußspuren. Steve. Hey, wo steht der? Oh, Maggie. Schau mal. Schau, schau. Das sind keine echte Bigfoot-Fußspuren. Ich habe diese Fußspuren gemacht. Ich habe dir gesagt, dass es Bigfoot nicht gibt. Oh, Steve. Ha, ha, ha. Schon wieder ausgedrickst. Hey, Maggie. Bauen wir hier unser Zelt auf. Okay. Mmh, mmh. Mmh. Das war mal lecker. Danke, Maggie. Singen wir das Lied. Ich glaube an Bigfoot. Halt. Halt. Nein, 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 Maggie. Ich bin zu müde. Um ein Lied zu singen. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Gute Nacht, liebe Kinder. Gute Nacht, Steve. Bis morgen früh. Gute Nacht, Maggie. Ich glaube an Bigfoot. Ich glaube an... Hi, hi, hi. Steve ist schlafen gegangen. Jetzt mache ich einen Trick. Abracadabra. Ho, ho, ho. Oh, ist das ein großer Teddybär oder Bigfoot? Hi, hi, hi. Schaut mal. Oh, ey. Was? Hä? Oh, das ist Bigfoot. Das ist Bigfoot. Ho, ho. Maggie. Bigfoot ist hier. Das ist Bigfoot. Hilfe. Oh. Oh. Hi, hi, hi. Das ist doch nur ein riesen Teddybär. Oh, Maggie, du brecher, brecher Vogel. Hab ich mich erschreckt. Na los, zurück ins Zelt und ab ins Bett. Ich möchte doch nur, dass Steve an Bigfoot glaubt. Gute Nacht. Danke für den Teddybär. Hi, hi. Ich glaube an Bigfoot. Ich glaube an Bigfoot. Bigfoot-Schatten. Du kannst mich so nicht erschrecken, Steve. Maggie, gibst du mir meinen Rucksack, bitte? Äh, danke schön. La, 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 la. Woohoo. Schaut mal. Doofer Steve hat noch mehr Bigfoot-Fußspuren gemacht. Wie viele hat er gemacht? Eins. Ich glaube nicht an Bigfoot. Bigfoot. Schaut mal. Maggie hat ein paar Bigfoot-Fußspuren gemacht, damit ich erschrecke. Oh, hey. Wie viele hat sie gemacht? Eins, zwei, sechzehn. Siebzehn. Siebzehn. Achtzehn. Hey, Maggie. Hast du wirklich alle diese Bigfoot-Fußspuren gemacht? Nein. Du hast diese Fußspuren gemacht. Ich hab sie nicht gemacht. Also, wer macht er die Fußabdrücke? Ich hab diese Fußspuren gemacht. Ich hab diese Fußspuren gemacht. Das ist Bigfoot, genau. Ist echt. Schau mal, es geht Bigfoot. Komm zurück, komm zurück. Hi, hi, hi. Hi. Hey, hallo. Ich liebe Halloween. Yeah. See, hallo. Oh, dufer Steve. Was machst auch da? Oh, Maggie, ich versuche, mein Halloween-Kostüm anzuziehen. Aber es ist zu klein. Keine Sorge, ich kann dir helfen. Abracadabra! Danke, Maggie. Schaut mal, Kinder. Schaut! Ich bin ein Skelett. Ich bin ein Skelett. Ich bin ein Skelett. Also, liebe Kinder, tut so, als seid ihr auch ein Skelett. Und singt mit mir. Ich bin ein Skelett. Ich bin ein Skelett. Oh, yeah! Ich bin ein Skelett. Ja, ich bin ein Skelett. Ja, ich bin ein Skelett. Dies ist Halloween. Hey, hey, hey! Wow, dieses Kostüm ist fantastisch. Oh, und hey, da ist ein Eiswagen. Die haben Milchshakes. Holen wir uns einen. Hey, yeah! Hey, hey, hey! Happy Halloween! Einen Vanilleshake. Für ein gruseliges Skelett, bitte. Das bin ich. Oh, wow! Danke. Yay! Oh, yeah! Das ist das beste Halloween aller Zeiten. Oh, lecker! Was? Was ist so witzig? Oh, lasst mich meinen Milchshake genießen. Oh, wie peinlich. Oh, Mann! Oh, nein! Da ist ein Hund mit einem Knochen. Oh, dieser Hund will einen Knochen. Und ich bin nur aus Knochen. Ha, 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 ha. Oh, witzig! Oh, ha, 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 ha. Hu! Ich habe den Hund abgehängt. Oh, nein! Oh, ha, 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 ja. Oh, ha, 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 ha. Shh. Hey, geh weg, du böser Hund. Oh, Maggie, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. Ich bin hier. Hey, Hündchen, fang mal. Oh, danke, Maggie. Oh, ich glaube, ich möchte kein Skelett mehr sein, Maggie. Nein. Kann ich etwas anderes sein, bitte? Okay. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ich bin ein unheimlicher Geist, ich bin ein unheimlicher Geist, ja, ich bin ein unheimlicher Geist, ja, ein unheimlicher Geist. Dies ist Halloween! Also, liebe Kinder, wenn ich durch Mauern gehen kann, dann werde ich gut empfangend sein. Oh, hey, Maggie, du bist dran, fang mich, wenn du kannst. Au, ich krieg dich, au, 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 das nennt man Schummeln. Ich fange ihn, he, he, he. Nee, 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 nee. Ich fange dich. Frecher Steve, ich fange dich dieses Mal. Du kannst mich nicht fangen. Au, au, wo ist der hin? Nee, nee, fang mich, wenn du kannst. Ich krieg's dich. Ja, jetzt fange ich dich. Na, das wird wohl nix, Maggie. Oh, nein, ich geb's auf. Oh, Maggie, gewonnen, gewonnen. Du kannst mich nicht fangen. Ja, na, ja, du kannst ja nichts fangen. Oder, hier, fang mal. Hey. Versuch's doch mal. Versuch mal, nicht fangen. Oh, Maggie, fang mich, fang mich, du kannst mich nicht fangen. Aufhören, aufhören, Maggie. Siehst du, du kannst mich nicht fangen. Stopp, stopp, Maggie. Ich möchte kein Geust mehr sein. Oh, nein. Okay, kein Problem. Weiter geht's. Hi, hi, hi. Abragedabra. Hi, hi, hi. Hey, was bin ich? Schaut euch meine Nase an. Ich bin eine Hexe. Eine fiese Hexe. Hey, das bedeutet, ich kann zaubern. Hey, ha, ha, schaut mal. Oh, yeah. Oh, wow. Schaut euch das mal an. Yeah. Oh, nein, ich schätze wieder dieser Hund. Oh, wow. Wow, wie cool ist das denn? Yeah. Also, liebe Kinder, was machen Hexen noch? Genau, sie fliegen, oder? Mit Besenstielen. Oh, ho, ho. Also, los. Wir fliegen. Yeah. Oh, pass auf, Steve. Vorsicht, das ist nicht zu leid. Hey, schaut, ich bin eine Hexe. Ich bin eine Hexe. Ich bin eine Hexe. Yeah. Also, liebe Kinder, denkt ihr, Hexen sind fies? Ja, dann tut so, als ob ihr eine Hexe seid. Und singt mit mir. Ich bin eine fiese Hexe. Ich bin eine fiese Hexe. Oh, yeah. Ich bin eine fiese Hexe. Ja, ich bin eine fiese Hexe. Ja, ich bin eine fiese Hexe. Dieses Halloween. Wow. Hey, Maggie. Dieses Kostüm ist spitze. Yeah. Es wird mit einem eigenen fliegenden Besenstiel geliefert. Hey, Steve, pass auf. Pass auf. Was? Oh. Oh. Oh, nein. Oh, Maggie. Oh, nein. Oh, Maggie. Ich möchte bitte keine Hexe mehr sein. Nein. Oh, du bist auf einem Piratenschiff. Also. Schaut mal, Kinder. Ich bin ein Pirat. Ich bin ein Pirat. Ich bin ein Pirat. Oh, danke, Maggie. Ich bin dieses Halloween ein Pirat. Also los. Wir tun alle so, als ob wir Piraten sind. Oh, und singt mit. Yeah. Ich bin ein Pirat. Ich bin ein Pirat. Ich bin ein Pirat. Ja, ich bin ein Pirat. Yeah. Ja, ich bin ein Pirat. Dies ist Halloween. Hallo, liebe Kinder. Heute Nacht ist Halloween. Überall sind gruselige Sachen. Heute Nacht gehe ich nicht raus. Nein, heute gehe ich nicht mehr raus. Oh, hey, hört mal. Was ist das? Eiscreme. Yeah. Eiscreme, Eiscreme, Eiscreme. Schrei. Oh, Halloween ist doch gruselig. Oder, Kinder? Hi, Steve. Oh, Maggie. Du frecher, frecher Vogel. Na los, Steve. Ich brauche deine Hilfe für Halloween. Abracadabra. Was? Yeah. Der doof ist tief. Der schreit doch alles an. Ja. Oh, hey. Wo bin ich? Du bist in meinem Schreiwagen. Oh, das ist Maggies Schreiwagen. Haha, ja. Ich schreie, du schreist. Wir alle schreien für Eiscreme. Hey, hey. Hey, hey. Ja. Also los. Und denkt dran, schreit ganz laut, wenn ihr Halloween-Monster seht. Monster? Monster? Oh, ho, ho, ho. Kommt mit, liebe Kinder. Hey, das wird bestimmt lustig. Hahaha. Das ist Maggies Schreiwagen. Wenn ich schrei, schreist du. Ah, haha. Mit Maggie Magpie Schreiwagen macht Halloween Spaß. Wow, was ist das? Ah, das ist ein Vampir. Oh, stopp. Haha, gut gemacht, Steve. Nein, Maggie. Fahr weiter. Yay. Da ist noch einer. Und noch ein Vampir. Ah, 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 ah. So viele Vampire. Ja, die sind hier für ihr Eis mit einer blutroten Soße. W-w-was? Blutroten Soße? Genau. Auf zur Arbeit, Steve. Die Vampire sind trocken. Nehm eine Waffel, füll sie mit Eiscreme. Hihi. Die Soße drauf. Die Soße drauf. Genau. Blutroten Soße. Hahaha. Hey, warte mal. Das riecht nach Himbeere. Äh. Mh, das ist Himbeere. Ah, hu. Ich glaube, diese Vampire sind echt hungrig. Los, an die Arbeit. Oh, he, he, Eiscreme. Ja, und jetzt die Soße. Uh, hu. Sie sind hungrig, Steve. Weiter so. Schneller, schneller. Mehr Eiscreme. Mehr Soße. Yeah. Mach weiter. Hahaha. Uh, okay. Alle Vampire sind weg, Maggie. Ja, gut gemacht. Legen wir los. Oh, und denk dran. Schrei, wenn du Monster siehst. Uh, die Monster. Hahaha. Das ist Maggie. Schreiwagen, wenn ich schrei, schreist du. Ah, haha. Mit Maggie Magpie. Schreiwagen macht Halloween Spaß. Ah, ein Zombie. Genau. Auf geht's. Weiter schreien. Hi, hi. Ah, da ist einer. Ah, ja. Noch einer. Oh, noch einer. Ah, ah, ah. Yeah. Ah, yeah. Maggie, da sind so viele Zombies. Yay. Gut gemacht, Steve. Die Zombies sind für ihr Eis mit Fingern gekommen. Hi, hi. Was? Finger? Wirklich? Sicher nicht. Nein. Oh, Schokofinger. Yeah. Die sind aber lecker, oder? Yay. Hm. Steve, an die Arbeit. Okay, Maggie. Los geht's. Yay. Hier, gibts ein Gratis-Eis. Mach schon. Tu es. Ja. Super. Hey, dein Geschrei hat wirklich geholfen. Was, Maggie? Ja. Mein Geschrei hat geholfen? Das ist toll. Weiter so. Okay. Los geht's. Hey, und schrei, wenn du Monster siehst. Das ist Maggie's Schreiwagen. Wenn ich schrei, schreist du. Mit Maggie Magpie Schreiwagen macht Halloween Spaß. Okay, wir sind da. Stopp. Oh, sorry, Maggie. Aber ich kann gar keine Halloween-Monster hier sehen. Weil du erst schreien musst. Was, Maggie? Ja. Ein Skelett. Genau. Gut gemacht. Weitermachen, Steve. Weitermachen. Okay, ähm. Ein Skelett. Noch eins. Noch eins. Ja. Hihi. Super. Ja. Wow. Also, Maggie. Welche Eissorte mögen die Skelette am liebsten? Oh, Schoko-Eis mit Knorpelknochen. Knorpelknochen? Genau. Knorpelknochen? Oh, soll ich mal probieren, Kinder? Ja? Ja? Okay. Hm. Das ist Popcorn. Ja. Steve. An die Arbeit. Okay. An die Arbeit. Genau. Los geht's. Maggie. Ja? Ja? Ja. Ja. Das ist mal ein Spaß zu schreien. Wow. Wow. Hey. Los, Maggie. Auf geht's. Ja. Ja. Das ist Maggies Schreiwagen. Wenn ich schrei, schreist du. Ah. Mit Maggie Magpie Schreiwagen macht Halloween Spaß. Oh. Nicht dieses Mal. Oh. Nein, nein, nein. Oh. Lecker. Oh. 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 Hey. Mein Eis. Hey. Oh. Du freches, freches Skelett. Also, liebe Kinder. Ich glaube, wir müssen nun für unser Eis schreien. Ja. Ihr könnt mit mir schreien. Na los. Eins. Zwei. Drei. Ah. 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 Wow. Gut geschrien. Ja. Okay. Die Hexen sind für ihr Eis mit Spinnen gekommen. Mit Spinnen? Genau. Mit Spinnen? Oh. Ah. Geleespinnen. Mh. Die sind lecker. Okay. An die Arbeit. Hey. Los geht's. So. Alle Hexen haben jetzt ihr Eis. Ja. Ja. Oh. Was ist das, Maggie? Oh. Das heißt, dass nur noch ein Eis in der Maschine übrig geblieben ist. Hier für dich. Oh. 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 inne Hexen zu überziehen. Oh. Schokolandsfinger. Ah ha ha ha. Viel von dem Knorbelknochenpopcorn. Oh ho. Oh ho. eine Geleespinne obendrauf. Hoho, das sieht lecker aus. Yeah! Na los, Steve! Was, Maggie? Los geht's! Das ist Maggie! Also, alle zusammen, Kinder. Du frecher, frecher Vogel. Wo ist es? Wo ist es? Aha, ganz oben im Regal. Oho, Steve, versuchst du am Bücherregal hochzuklettern? Nein, Maggie, ich versuche ein Buch zu erreichen, das ich gern lesen möchte. Ja! Das macht keinen Spaß! Gehen wir klettern! Abracadabra! Oho! Hey! Wo bin ich? Oh, dieser freche, freche Vogel! Sie hat mich an eine Kletterwand gezaubert. Eine Kletterwand! Eine Kletterwand! Wow! Also, klettere für einen Stevie-Stern ganz nach oben! Yeah! Okay! Auf nach ganz oben! Yeah! Haha! Oh, ich möchte wirklich diesen Stevie-Stern! Yeah! Oh, schwer ab! Das ist nicht fair! Diese Fliege kam mir in den Weg! Na los, ich komme da oben rauf! Für einen Stevie-Stern! Yeah! Ich bekomme einen Stevie-Stern! Oh! Oh! Aschiii! Wow! Das hat mal Spaß gemacht! Aber Hey, mal sehen, ob ich ganz darauf komme. Für den Stevie-Stern. Yeah! Yeah! Ich bin oben. Ich bekomme einen Stevie-Stern. Juhu! Haha! Das war genial! Yeah! Ich mache das gleich nochmal für einen weiteren Stevie-Stern. Genau! Hey, das ist ein bisschen gefährlich. Genau! Wir machen es jetzt richtig gefährlich. Abracadabra! Oh, Maggie! Du brecher, brecher Vogel! Der Boden ist Lava! Genau! Fall nicht rein und du gewinnst! Okay, Maggie, los geht's! Okay! Der Boden ist Lava, der Boden ist Lava. Fall nicht rein! Fall nicht rein! Bleib mit von der Lava, bleib mit von der Lava. Und du gewinnst, du gewinnst! Ich hoffe wirklich, nicht in die Lava zu fallen! Oh! Oh! Der Boden ist Lava, der Boden ist Lava. Fall nicht rein, fall nicht rein! Bleib mit von der Lava, bleib mit von der Lava. Und du gewinnst, du gewinnst! Oh, nein! Oh, nein! Okay, ich rette Steve für einen Stevie-Stern. Abracadabra! Oh, nee! Oh, wow! Danke, Maggie! Na los, Kinder! Das machen wir! Fast am Ziel! Yeah! Geschafft! Ich bekomme einen Stevie-Stern! Na los, spielen wir mehr! Der Boden ist Lava! Genau! Wow! Hey, schafft es Steve über den Balken für einen weiteren Stevie-Stern? Finden wir es raus! Yeah! Oh, wow! Schaut mal, der Boden ist Lava. Und ich muss über diesen Balken. Also, los geht's! Schaut, das ist ein Balken! Das ist ein Balken! Das ist ein Balken! Oh, Maggie! Hilfe! Hilfe! Okay, für einen Stevie-Stern! Abracadabra! Oh, wow! Danke, Maggie! Hey, ich habe ja gar keine Stevie-Sterne mehr! Also darf ich nicht mehr runterfallen! Das schaffe ich! Wow, ein großer Sprung ins Ziel! Ich habe es über die Lava geschafft! Ich bekomme einen Stevie-Stern! Yeah! Na los, ich brauche noch mehr! Yeah! Wir spielen Der Boden ist Lava! Gut, ich muss über diese Schaukeln zum Kletternetz kommen! Ein Kletternetz! Ein Kletternetz! Genau, also los geht's! Oh, oh! Oh! Das ist nicht leicht! Okay, auf zum Kletternetz! Oh, Mann! Fertig! Eins, zwei, drei! Okay, yeah! Los geht's! Oh, oh, nein! Maggie! Okay, ich rette Steve für einen weiteren Stevie-Stern! Abracadabra! Oh, danke, Maggie! Gut, keine Stevie-Sterne mehr! Also, ich muss rüber, ohne in die Lava zu fallen! Oh! Ja! Yeah! Nur noch meinen Fuß raus aus dem Kletternetz und ich bin drüben! Yeah! Okay, puh! Ein Stevie-Star für mich! Hurra! Wir spielen nochmal! Na los! Whoa! Hohohohoho! Hey, schaut mal, der Boden ist Lava und ich muss über diese Stangen auf die andere Seite kommen. Okay, los geht's. Okay. Wow. Yeah. Fast da. Okay. Gut. Okay. Jetzt nur. Okay. Okay. Ich rette Steve für einen weiteren Stevie-Stern. Abracadabra. Wow. Danke, Maggie. Okay. Jetzt habe ich gar keine Stevie-Sterne mehr. Also darf ich nicht runterfallen, sonst liege ich in der Lava. Na, los. Das schaffen wir. Los geht's. Okay. Noch eins. Yeah. Gleich hab ich geschafft. Ja. Ich hab's geschafft. Ich bekomme einen Stevie-Stern. Yeah. Wir machen noch mehr. Na, los. Okay. Schaut mal. Der Boden ist Lava und hier sind die Ringe. Schaut mal. Das sind Ringe. Das sind Ringe. Das sind Ringe. Okay. Die Füße kommen hier rein. Hab sie. Ah. Oh. Ich möchte nicht reinfallen in die Lava. Oh. Ah. Haha. Ein weiterer Stevie-Stern für mich. Abracadabra. Oh. Wow. Danke, Maggie. Okay. Hangeln wir uns durch die Ringe. Oh. Yeah. Ich hab's geschafft und bekomme einen Stevie-Stern. Ja. Du bist mit einem Stern durchgekommen. Also schau dir mal, was du gewonnen hast. Abracadabra. Wow. Also, Maggie. Was gewinne ich? Was gewinne ich? Du hast einen Stern. Also gewinnst du ein Wurm-Sandwich. Oh. Wow. Ein warmes Sandwich. Mh. Das hört sich lecker an. Oder, Kinder? Nein, Steve. Das ist ein Wurm-Sandwich. Was? Abracadabra. Yeah. Yeah. Das ist kein warmes Sandwich. Das ist ein kaltes Wurm-Sandwich. Lecker, lecker. Oh, Maggie. Du kannst meinen Preis haben. Also, bekomme ich deinen Preis? Okay. Hey. Was würde ich mit fünf Sternen gewinnen? Fünf Wurm-Sandwiches. Abracadabra. Oh. Fünf Wurm-Sandwiches. Happy Birthday für Steve. Happy Birthday to you. Wow. Danke, Maggie. Hallo, Jungs und Mädels. Ich habe heute Geburtstag. Ich habe ein Geschenk bekommen. Oh. Was ist da drin? Was ist da drin? Finden wir es heraus. Wow. Hey. 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 Oh. Dofer Steve. Es ist leer. Es ist ganz unten. Ja, gleich. Na klar. Ganz unten. Äh. Ähm. Oh. Äh. Aha. Hey. 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 Eine Fernsteuerung. Oh. Eine Fernsteuerung. Wofür? Finden wir es raus. Hier. Hihihi. Oh. Hahaha. Ein ferngesteuertes Geschenk. Oh wow. Mach's auf, Steve. Mach's auf. Hihihi. Hihihi. Super. Hihihi. Oh. Hey, Jungs und Mädels. Was glaubt ihr, ist das für ein Geschenk? Hihihihii. Sorry, Steve. Okay, du darfst jetzt dein Geschenk aufmachen. Oh, yeah. Na los, schauen wir mal, was da drin ist. Aufmachen, aufmachen. Eins, zwei, drei. Oh, Maggie. Wow, ein Monster-Truck. Na los, den probieren wir aus. Oh. Hey, Achtung! Steve, du bist wirklich ein mieser Fahrer. Nein, Maggie, eigentlich bin ich ein guter Fahrer, wenn man mich ans Lenkrad lässt. Wirklich? Na klar, Maggie, natürlich. Finden wir's raus. Abracadabra. Wow, schaut euch mal meinen Monster-Truck an. Also gut, los geht's. Wir wollen Spaß mit Steve und seinem Monster-Truck. Achtung, Steve. Mich stoppt gar nichts in meinem Monster-Truck. Mich stoppt gar nichts in meinem Monster-Truck. Du stoppst mich nicht. Nein, mich hält nichts auf. Haha. Au, nichts kann mich stoppen in meinem Monster-Truck. Nichts hält mich auf. Oh, aber hey. Was ist das? Was läuft hier? Ein Eimer. Noch ein Eimer. Oh, und noch einer. Oh, Eimer. 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 Überall. Ein roter Eimer. Ein blauer Eimer. Ein gelber Eimer. Ein grüner Eimer. Ein Zebra-Eimer. Oh. Oh. Hey. Hey, wer hat die Lichter ausgemacht? Das ist nicht fair. Moment. Ja. Nichts hält mich auf. Gar nichts stoppt mich. Oh. Nicht einmal das da. Hahaha. Mich stoppt gar nichts in meinem Monster-Truck. Mich stoppt gar nichts in meinem Monster-Truck. Du stoppt mich nicht. Nein. Mich hält nichts auf. Hohoho. Das hat Spaß gemacht. Hahaha. Und nichts hat mich aufgehalten. Nein. Mich stoppt nichts. Los geht's. Oh. Hihihi. Was hat Maggie da? Sie hat ein Rohr. Haha, yeah. Sie will mich stoppen mit einem großen Rohr. Oh nein. Sie trefft mich. Hahaha. 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 Oh. Wo bin ich? Ich bin in einem Tunnel. Oh. Einem Tunnel. Hahaha. Einem Tunnel. Oh. Und wie komme ich hier raus? Oh. Oh. Hey. Na siehst du? Ich bin ein guter Fahrer. Oder? Hehehe. Yeah. Oh nein. Eine Rutsche. Aber mich stoppt doch nix. Aber mich stoppt doch nix. in seinem Monster Truck. Du stopfst mich nicht. Nein. Mich hält nix auf. Hahaha. Dieser Sandkasten war spitze. Los. Das machen wir nochmal. Hey. Yeah. Hey. Was stoppt Steve in seinem Monster Truck? Hahaha. Ich weiß es. Dinosaurier. Dinosaurier. Hihi. Yeah. Oh. Da ist Maggie. Hey Kinder. Wisst ihr, wie Maggie mich jetzt stoppen will? Hey. Was ist das? Hihi. Dinosaurier. Dinosaurier. Hihi. Dinosaurier. 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 Oh nein, ich kann hier nicht anhalten. Nichts hält mich auf. Haha, also, los geht's. Mich stoppt gar nichts in meinem Monster Truck. Mich stoppt gar nichts in meinem Monster Truck. Du stoppt mich nicht. Nein, mich hält nichts auf. Haha, siehst du, Maggie? Du kannst mich nicht stoppen. Wo ist dieser freche, freche Vogel? Drei dich mal um. Was? Oh nein. Benne. Ein Fußball. Ein Basketball. Ein Rugbyball. Ein Volleyball. Ein Strandball. Siehst du, Maggie? Du kannst mich nicht stoppen. Ich bin unaufhaltsam. Oh nein, Steve. Stopp. Ohne Witz. Stopp. Haha, nein, nein, Maggie. Nichts hält mich auf. Oh nein. Haha, okay. Vielleicht stoppe ich für einen Stück Kuchen. Haha. Happy Birthday to me. Hey, das ist der beste Geburtstag jemals. Haha. Bis zum nächsten Mal, Kinder. Tschüss. Hey. Hihihi. Yeah. Ja. 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 Ja.